In Zeiten wie diesen kaum zu glauben und doch wahr. Waagrhein wird erneut Austragungsort der CEV Snow Volleyball Europatour am Waagrheiner Kirchboden. Bei Kaiserwetter und leider ohne Zuschauer geht das Turnier über die Bühne. Wir sind hier bei dem Semifinalspiel der Damen Türkei gegen die in Rot spielenden Österreicherinnen. Das Spiel kann die Türkei für sich entscheiden, das Team Österreich spielt um den dritten Platz. Auch im Finale gegen das Team Tschechien 1 gehen die türkischen Damen als Sieger vom Platz. Es war sehr schwierig für uns, weil wir schon zwei Jahre lang nicht auf Schnee spielen konnten. Lange schon haben wir auf diese Goldmedaille gewartet. Danke an mein Team und unseren Verband. Also die Vicky und ich, wir spielen in einem Beach Volleyball Team. Also wir sind ein Beach Volleyball Team. Und wir haben uns die Laura dazugekauft, weil man ja für das Snow Volleyball drei Leute braucht mindestens. Dementsprechend neu war es halt für uns zum Finden. Die ersten Spiele haben wir Gott sei Dank dann gut nutzen können und uns einspielen können. Und heute hat man glaube ich schon ganz gut gemerkt, dass wir uns eingespielt haben und dass wir ein System gehabt haben. Und das war dann auch so der Schlüssel zum Erfolg ein bisschen. Dass wir dann schon gewusst haben, wer hat welche Stärken, wie können wir die am besten einsetzen. Und genau. Wermutstropfen bei dieser Veranstaltung keine Zuseher. Weil wir die letzte Saison ja auch schon ohne Zuschauer gespielt haben oder meistens ohne Zuschauer. Und es geht schon irrsinnig ab, weil es einfach voll motiviert, wenn da draußen jemand ist, der schreit und mitfiebert. Auf zwei gewonnene Sätze wird gespielt. Bei den Herren treffen im ersten Semifinale die Teams der Ukraine und Österreich aufeinander, dass die heimische Mannschaft gewinnt und somit im Finale steht. Das zweite Semifinale geht an Russland, das somit gegen Österreich um die Goldmedaille kämpfen wird. 38 Minuten dauert das Finalspiel und dann können sich die Russen mit Gold grünen. Die Russen sind da immer mit vorne dabei, gegen die wir jetzt im Finale gespielt haben. Wir haben so in der Konstellation nie zusammengespielt. War das erste Mal für uns, hat echt richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben mir echt schon gezeigt, dass das sehr erfolgreich sein kann. Und ja, wir freuen uns dann, wenn wir nächste Woche hoffentlich noch einen drauflegen können. Aber auch ohne Publikum macht das Spielen Spaß. Ich glaube, als Spieler wünscht man sich nichts mehr, als zu Hause vor dem Heimpublikum spielen zu können. Es ist schade, aber ich glaube, in dieser Situation sind wir einfach froh, dass es wieder mal Turniere gibt, wo wir spielen können und sind einfach glücklich, dass es was gibt. Wir haben da und dort Spaß. Natürlich mit Beachwaterball fliegen um die ganze Welt herum und schauen, dass wir dort Medaille sammeln. Jetzt sind wir extrem froh, dass wir hier eine Medaille haben. Ich glaube, im Namen des Teams können wir uns extrem glücklich schätzen, dass wir da so eine richtig geile Performance abgeliefert haben. Ja, und irgendwann einmal sehen wir uns dann am Sand wieder. Und ob auf Schnee oder Sand, ist manchen egal. Boah, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also, ich finde, Schnee ist meine gute Abwechslung zum Sand. Und ich würde das nicht werten wollen, was ich lieber spiele als nicht. Es hat beides seine Vorzüge. Und auch dem Sieger machen die Corona-bedingten Zwangspausen zu schaffen. Es war für uns sehr schwierig. Wir mussten lange pausieren. Es ist für alle Teams das erste Turnier seit langem. Noch an zwei Wochenenden wird in Waagrain um Stockerl-Plätze gekämpft. Am letzten Februar-Wochenende der zweite Teil der Europa-Snow-Volleyball-Tour und eine Woche später die erste österreichische Volleyball-Verbands-Staatsmeisterschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017